Willkommen zu Tacheles aus Breckerfeld. Radikalismus, Extremismus und Terrorismus sind gefährliche und sehr verpönte Worte. Im wissenschaftlichen Diskurs werden diese Worte mit schleppendem Erfolg skalpiert. Einigkeit herrscht aber darin, dass Denken und Handeln zu extrem, zu überspitzt, ja zu radikal und damit viel zu gefährlich sind. Zu viel von mir für oder gegen eine Sache oder Person. Finger weg von radikal, extrem oder fundamental. Es könnte ja sofort terroristisch werden. Dabei stimmt es doch, dass konsequenter Gehorsam Gottes Wort gegenüber extrem unangenehm für meinen Alltag ist. Aber es ist doch wahr, dass mein Gehorsam dem Geboten Gottes gegenüber sich radikal von der Ethik der Masse der Welt unterscheidet. Es ist doch ebenso schmerzhafte Realität, dass meine Gefühle und Sehnsüchte oftmals meinen ungehorsam gegenüber Gottes Anweisungen als vernichtenden Terroranschlag empfinden. Reden wir mal Tacheles darüber. Tacheles reden bedeutet ja so viel wie völlig unverblümt die Meinung zu sagen und genau das sollten wir als Christen ja eigentlich zu jeder Zeit tun. Also wenn wir kurz davor stehen zu sündigen, dann schreit es in uns, ich will aber und wir versuchen den geplanten Ungehorsam irgendwie zu legitimieren. Genau in solchen Momenten wollen wir alles nur nicht gehorsam sein. Das kenne ich nur zu gut von mir. Jakobus, der Bruder von Jesus, schrieb dazu so treffend in seinem Brief im ersten Kapitel in Vers 14 und Vers 15, jeder wird von seiner eigenen Begierde in die Falle gelockt. Wenn die Lust auf diese weise schwanger geworden ist, bringt sie Sünde zur Welt. Und die Sünde, wenn sie voll ausgewachsen ist, den Tod. Zugegeben radikaler Gehorsam wird unserem Ego ganz schön gefährlich. Aber wenn wir nicht gehorsam sind, machen wir uns als Nachfolger Jesu einfach unbrauchbar und tiefer kann man als begnadigtes Kind Gottes kaum noch sinken. Darum mein Tipp für Sie und für mich heute. Seien wir, also Sie und ich, gehorsam, auch wenn es sich radikal anfühlt, unsere Sünden nicht auszuleben. Reden wir doch mal Tacheles. Ich frage Sie heute ganz unverblümt. Kämpfen Sie gerade mit dem Gehorsam? Haben Sie heute das Rückgrat radikal, Nein zu sagen? Nein zu sagen zu sexuellem Fehlverhalten, Schamlosigkeit, unreinen Gedanken, einem sittenlosen, ausschweifenden Leben, Vergnügungssucht, okkulten oder magischen Praktiken, abergläubischem Verhalten, Streit, Feindseligkeit, Eifersucht, Selbstsucht, Rivalitäten, Wutausbrüchen, Uneinigkeit, Spaltung, Intrigen, Rechthaberei, Selbstsüchtigem Ehrgeiz, Spaltungen, Zerwürfnissen, Zwistigkeiten, Neid und Drogen? Diesen Fragen müssen wir uns stellen, denn wir haben keine Zeit, um den heißen Brei herumzureden. Bis zum nächsten Mal mit Tacheles aus Breckerfeld und bis dahin. Seien Sie doch ein Segensleuchtturm. Maranatha, unser Herr, komm und bitte heute. Ihr Johannes Vogel